Jo Freunde was geht ab? Herzlich Willkommen auf meinem Channel Ich habe in den letzten Tagen, in den letzten Wochen völlig vergessen, dass ich dieses Badexperiment noch am Laufen habe Keiner von euch sagt mir Bescheid, ey Doggy wo bleibt die dritte Woche, du wolltest doch uns das informieren Digi was ist los mit deinen Updates Digi, lo, was ist los mit dir, was ist los, Alter, was ist, was, komm her, komm, komm Auf jeden Fall gibt es jetzt, ähm, hat die Kamera jetzt fokussiert, warte, okay Und zwar gibt es jetzt die dritte Woche Badexperiment Updates, Geschichte von mir Ehrlich gesagt, ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen Scheiß Das sieht man wirklich bei sehr, sehr wenigen Menschen Warum habe ich das nur gemacht, Alter, das stört hier überall, das kratzt hier überall Es ist gar nicht mehr ansehnlich, die Leute sagen, du hast kein Rasierer zu Hause Es ist einfach nicht mehr schön und sieht auch gar nicht mehr ästhetisch und athletisch aus Ich würde ganz gerne lieber aufhören, aber ich ziehe das für euch noch eine Woche durch, Freunde Eine Woche, das ziehen wir jetzt noch durch und dann kriegen wir jetzt noch ein bisschen Bartwook für Ey, kann ich auch hier auch bald die Zucht machen? Äh Ich habe jetzt gerade mein Bart ein bisschen eingeölt, deswegen glänzt das jetzt auch ein bisschen so schön Ja, Freunde, wir haben noch ein paar Tage vor uns Ab dem 31. Ich weiß nicht, hat der Monat 31 Tage oder 30 Ich schaue mal eben nach 30 Tage, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage haben wir noch Genau, exakt eine Woche Ziehen wir das Ding jetzt noch durch Und ich halte euch natürlich auf das Finale auf dem Laufenden Vielen Dank, dass ihr euch auf jeden Fall dieses Bart-Experiment auch reinzieht, das ist einfach so eine Nebenbei-Geschichte gewesen, die ich da so ins Leben gerufen habe Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch nicht gefallen, ich hoffe, ihr wollt es nicht nochmal, dass ich so einen Scheiß mache Aber ich hoffe nicht, dass ihr sagt, ey komm, mach mal ein Jahr oder sowas Ähm, ja Ich danke euch fürs Einschalten und wir sehen uns in einer Woche wieder zu dem Bart-Experiment-Update Oder wir sehen uns regelmäßig zu einem meiner neuen Videos Und da würde ich mich freuen, wenn du natürlich auch wieder am Start bleibst Und ich danke dir fürs Einschalten Peace And